Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Forza Motorsport. Ja und es gab heute eine ganze Menge Informationen, ich werde euch heute wirklich voll ballern mit neuen Infos, aber ja das ist auch wichtig, denn im Vorfeld möchte man ja so ein bisschen wissen, auf was lässt man sich da eigentlich genau ein, wie wird vor allem die Karriere aufgebaut sein und das wird heute der Fokus sein, denn die Karriere ist auch das Herzstück von Forza Motorsport, das am 10. Oktober für alle erscheinen wird. Ja, wie gesagt, mit Premium Edition schon fünf Tage früher am 5. Oktober und bis dahin werden wir stückweise mit jedem Forza Monthly mehr und mehr Informationen zum Spiel bekommen, sodass wir zum Release doch relativ genau wissen sollten, was da eigentlich auf uns zukommt. Starten wir also mal durch und schauen uns die Bestandteile an, die uns heute im Forza Monthly vorgestellt worden sind. Die Karriere in Forza Motorsport heißt künftig Builders Cup, auf Deutsch übersetzt so viel wie Aufbaumeisterschaft. Es geht nämlich darum, sein Fahrzeug in Verlauf dieser Rennserie von einem Serienfahrzeug aufzubauen zu einem erlaubten höchsten Level und da sind wir auch beim wichtigen Punkt, es geht vor allem darum, das eigene Fahrzeug hochzuleveln. Ähnlich wie ihr das vielleicht von Rollenspielen kennt, wo man seinen Charakter hochlevelt und dann neue Perks und so weiter freischaltet, also ja quasi Möglichkeiten hat, seinen Charakter zu verbessern. So funktioniert es jetzt in Zukunft auch mit den ganzen Fahrzeugen in Forza Motorsport. Du kannst also künftig nicht mehr einfach in die Automesse gehen, ein x-beliebiges Auto kaufen und dieses dann mit allen möglichen Tuning-Teilen ausstatten, sondern du musst erst einmal Erfahrung mit deinem Fahrzeug sammeln, also XP-Points. Und je nachdem, wie hoch dein Fahrzeug dann gelevelt ist, schaltest du schon wieder neue Tuning-Teile frei, die du verbauen kannst. Du kannst also nicht von Anfang an alle Tuning-Teile in dein Fahrzeug verbauen, sondern du musst mit deinem Fahrzeug erst auf der Rennstrecke Erfahrungspunkte sammeln. Dadurch steigt das Level dieses einen Fahrzeugs und dann bekommst du für das Fahrzeug neue Tuning-Teile und kannst es weiter upgraden. Es geht also vor allem um die Geschichte zwischen dir und deinem Auto. Das maximale Level, das du mit jedem Fahrzeug erreichen kannst, ist Level 50. Dann bekommst du übrigens auch Rabatt beim Hersteller, wenn du zum Beispiel ein neues Fahrzeug kaufst oder auch das gleiche Fahrzeug nochmal kaufen möchtest. Allerdings startest du mit jedem neuen Fahrzeug und auch dem gleichen Modell wieder bei Level 1. Also du musst erst dann wieder auf die Rennstrecke, musst Erfahrungspunkte sammeln, dich hochleveln, um das Fahrzeug auch wieder entsprechend tunen zu können. Apropos Tuning, dafür gibt es auch nochmal eine eigene Währung. Während du auf der einen Seite zwar erst einmal hochleveln musst, also Erfahrungspunkte brauchst, um neue Tuning-Teile freizuschalten, bezahlst du diese Tuning-Teile dann mit den sogenannten Car Points, also auf Deutsch Fahrzeugpunkten. Diese Fahrzeugpunkte sind eine eigene Währung und dienen ausschließlich dafür, um Tuning-Teile zu kaufen. Baust du also Tuning-Teile ein, musst du mit Car Points bezahlen. Baust du die Tuning-Teile wieder aus deinem Fahrzeug aus, bekommst du auch wieder Car Points gutgeschrieben, um diese zum Beispiel für das Tuning bei einem anderen Fahrzeug zu verwenden, falls du nicht genug hast. Separat davon sammelst du Credits, also die In-Game-Währung, um Autos zu kaufen. Das heißt also, es gibt zwei verschiedene Währungen, einmal ausschließlich für das Tuning, das sind die Car Points, die nur dafür verwendet werden und dann Credits, die du nur dafür verwendest, um neue Autos zu kaufen. Schauen wir uns als nächstes mal den grundlegenden Aufbau der Karriere an. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, wie sind eigentlich diese Rennserien jetzt organisiert. Das Ganze ist ähnlich zu einem Rennwochenende aufgebaut. Das bedeutet zunächst einmal, suchst du dir im Karrieremodus aus, welchen Typ Rennserie du starten möchtest. Beispielsweise, du möchtest jetzt eine moderne Sportwagenserie beginnen. Dann darfst du zum Beispiel hier mit solchen Fahrzeugen wie dem Nissan Z, einem Toyota Supra, einem Mercedes, SLK und so weiter unterwegs sein. Allerdings sind da natürlich nicht alle möglichen Fahrzeuge erlaubt, sondern nur die, die in die Kategorie moderne Sportwagen dieses bestimmten Rennklassements passen. Dann startest du erst einmal ein offenes Training. Das bedeutet, du bekommst, wie hier jetzt gerade in diesem Gameplay-Ausschnitt zu sehen, eine Möglichkeit, beliebig viele Runden zu fahren und kannst dabei Erfahrungspunkte sammeln. Das Ganze wird dir rechts oben dann gut geschrieben. Du siehst, das Car-Level ist gerade bei 19. Wenn du jetzt eine besonders gute Kurve nimmst oder sozusagen eine Top-Zeit aus der vorigen Runde nochmal schlägst, bekommst du neue Erfahrungspunkte gut geschrieben und dein Fahrzeug levelt live während des Rennens auf. Auf der linken unteren Seite siehst du aber auch bestimmte Ziele, die dir vorgegeben werden, die vor allem dich als Fahrer motivieren sollen, deine Driving-Skills auszubauen. Also du siehst zum Beispiel hier drei Runden fahren ist eine Zielsetzung für das offene Training oder zum Beispiel auch eine bestimmte Zeit zu schlagen. Nach dem freien Training gilt es, sich zu qualifizieren und das ist hier etwas anders aufgebaut als üblicherweise an einem Rennwochenende. Es nennt sich Challenge the Grid und ihr könnt frei auswählen, an welchem Startplatz ihr im Starterfeld loslegen möchtet. Natürlich lautet das Ziel am Ende, auf die Podiumsplätze 1, 2 oder 3 zu gelangen. Je weiter ihr hinten startet, desto höher wird eure Belohnung sein, wenn ihr dann tatsächlich auf den ersten bis dritten Platz kommt. Ihr könnt also selbst sozusagen die Herausforderung, das Herausforderungslevel bestimmen, indem ihr eure Startposition weiter nach hinten oder vorne verlegt. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, die Rennboni noch zu modifizieren durch das Schwierigkeitslevel. Das bedeutet also, ihr bekommt mehr Credits, je schwieriger die KI ist. Ich denke, so viel ist klar, das ist also der Balken, der oben ist. Und unten könnt ihr noch einmal das Ruleset, also die Regeln sozusagen festlegen. Je simulationsnäher ihr fahrt, also auf Experte beispielsweise mit simuliertem Schaden, inklusive Reifen- und Treibstoffverbrauch, sowie Ausschalten des Zurückspulens und Strafen, die es dafür gibt, könnt ihr bis zu 12% nochmal extra kassieren. Schaltet ihr das Ganze aus, beziehungsweise lasst es nur auf kosmetischen Schaden und dürft auch zurückspulen, habt kaum Strafen, dann gibt es die Möglichkeit, noch maximal 4% obendrauf zu verdienen. So könnt ihr also nochmal ein klein wenig zusätzliche Credits kassieren. Es ist also etwas anders als das bisherige System, wo ihr vor allem dadurch belohnt wurdet, wenn ihr Assistenten ausgeschaltet habt, wie ABS oder beispielsweise Lenkhilfen. Das dürft ihr jetzt also weiterhin theoretisch in vollem Umfang nutzen und es wirkt sich in Zukunft nicht mehr auf die Belohnungen aus. Ihr seht also, die Idee ist künftig nicht mehr, den Fahrer dazu zu zwingen, alle Assistenten nach und nach auszuschalten, um Boni zu bekommen, sondern, ja, der Multiplikator für die Credits lautet in Zukunft, mehr Simulationsnähe im Spiel zu haben. Trotzdem kannst du aber ABS oder beispielsweise Lenkhilfen eingeschaltet lassen, je nachdem, wie du dich eben damit wohlfühlst. Zu guter Letzt starten wir dann das Rennen und damit natürlich der entscheidende Teil der Karriere. Haben wir also erstmal das freie Training absolviert, die Grid Challenge festgelegt, gehen wir über zum Rennen fahren und ich denke, hier macht es am meisten Sinn, einmal über die KI zu sprechen. Denn unsere Drivatar-Gegner sind nämlich jetzt von Grund auf neu programmiert worden. Die maschinell lernende künstliche Intelligenz nimmt sich jetzt als Grundlage eine perfekte mathematisch berechnete Fahrlinie. Je nachdem, welchen der sieben Schwierigkeitsstufen ihr für eure Gegner ausgewählt habt, fährt die KI dann entsprechend genau bzw. ungenau diese mathematisch perfekte Linie. Was es allerdings nicht mehr gibt und das dürfte viele freuen, ist, dass es hier noch irgendwelche Gamehacks gibt, also Boosts wie beispielsweise Gummiband-KI, bei der dann die Drivatar, die gegen euch fahren, auch gerne mal die Grenzen der Physik überwinden, um euch zu überholen oder einfach vorweg zu fahren oder beispielsweise auch wieder aufzuholen. Das bedeutet, wenn ihr einfach fahrerisch sauber fahrt, dann können euch die Gegner nicht durch irgendwelche Tricks überwinden und doch schneller sein, sondern das Ganze wird jetzt in Zukunft in Grenzen der möglichen Physik stattfinden und je nachdem, wie schwierig die Gegner eingestellt sind, könnt ihr sie auch ganz einfach mit fairem Fahren überholen und auch überlisten. Übrigens, faires Fahren, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, denn die Drivatar, wie sich eure Gegner nennen, lernen auch weiterhin von reellen Fahrern. Das bedeutet, sie schauen sich durchaus auch Fahrmanöver und Eigenschaften von anderen Fahrern, die es in der Realität gibt, ab. Allerdings wurde dabei darauf geachtet, dass sie nicht unfaire Mittel nutzen, wie beispielsweise Ausbremsen oder Rammen, wie das in der Vergangenheit durchaus auch öfter mal der Fall gewesen ist und somit könnt ihr euch darauf einstellen, dass faires Fahren auch zu einem sehr schönen Ergebnis am Ende führen wird. Habt ihr dann ein Rennen beendet, sammelt ihr all eure Belohnungen ein. Zum einen steigt ihr im Fahrerlevel, dann bekommt ihr Credits und natürlich steigt auch euer Fahrzeuglevel auf. Dazu bekommt ihr die Car Points, die ihr einsetzen könnt, um Tuningteile zu kaufen und ihr seht dann, hier gibt es dann, ja, nach einem Rennen die ganzen Belohnungen ausgezahlt oder beziehungsweise angezeigt, was ihr nun also in Zukunft verbauen könnt. Ihr könnt dann im Tuningmenü, wie ihr das hier oben sehen könnt, in einer Reiteransicht euch durchklicken durch die verschiedenen Kategorien und neue Tuningteile investieren, insofern ihr genügend Car Points gesammelt habt. Und wo wir gerade beim Thema Tuning sind, ist natürlich auch das Thema Sound ganz wichtig, denn es gibt ja einige Tuningteile, die den Fahrzeugsound beeinflussen und das wurde berücksichtigt, denn jedes Tuningteil bekommt eine Fahrzeugsound-Modifikation in der Programmierung verpasst. Bedeutet also, der ursprüngliche Fahrzeugsound wird verändert, wenn ihr ein Tuningteil verbaut, das auch entsprechend Einfluss auf den Fahrzeugsound hat. Durch die Kombination von verschiedenen Tuningteilen werden sich dann auch verschiedene Amplituden ergeben, also mit anderen Worten wird ein ganz individueller Fahrzeugsound generiert, der sich aus der Kombination dieser verbauten Tuningteile ergibt. Mit anderen Worten, wir haben hier keine fertig aufgenommenen Fahrzeugsound, wie das Auto beispielsweise mit einem Turbo-Upgrade klingt oder mit einem speziellen Rennauspuff, sondern es gibt quasi einfach Verstärker, die programmiert werden im Hintergrund. Das bedeutet also, eine bestimmte Soundnote wird durch den Einbau eines Sport- oder Rennauspuffs verstärkt und dann gibt es auch eine bestimmte Modifikation für den Sound, wenn wir einen Turbo-Upgraden und das Ganze ergibt sich dann in Kombination von einem Sportauspuff und beispielsweise einem Turbo-Upgrade. Somit erzielt ihr also dann einen eigenen Sound, der sich nur dadurch ergibt, dass ihr genau diese Tuningteile in Kombi verbaut habt. Falls ich übrigens an dieser Stelle im Video einige fragen, ist es möglich, abgesehen von dem Fahrzeug, was wir vorne sehen, auch im Hintergrund die Fahrzeuge zu verändern? Ja, das ist möglich. Das hier ist euer Homespace. Ihr habt die Möglichkeit, vier Ausstellplätze von Fahrzeugen frei zu belegen. Also ihr könnt selbst bestimmen, welche vier Fahrzeuge euch permanent hier angezeigt werden. Eines davon steht im Vordergrund und drei Fahrzeuge sind immer im Hintergrund zu sehen. Ihr könnt überall frei belegen, welche Fahrzeuge dort zu sehen sein sollen. Die Karriere wird sich übrigens immer weiterentwickeln. Das bedeutet, wir haben nicht nur zum Start eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Rennserien, die wir absolvieren können, sondern mit künftigen Updates wird es auch immer wieder einmal neue Rennserien geben, an deren Ende ein besonderes Fahrzeug steht, das wir nur dadurch freischalten können oder auch eine neue Rennstrecke, die wir dann ebenfalls dadurch freischalten können. Das bedeutet also, ja, künftige Updates sorgen auch immer mal wieder für frischen Wind im Karrieremodus und so endet quasi der Karrieremodus nie wirklich. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch nochmal zu erwähnen, dass die künftigen Updates, die nach dem Release erscheinen werden, kostenlos sind für die Spieler. Egal, welche Edition ihr habt, neue Fahrzeuge und neue Rennstrecken werden kostenlos sein. Dennoch müsst ihr was dafür tun, indem ihr natürlich bestimmte Rennserientypen, wie hier zu sehen, auch absolviert. Was es ebenfalls nicht gibt, das sind Lootboxen. Es wird keine In-Game-Transaktionen geben, wie beispielsweise Echtgeld gegen In-Game-Währung oder Carpoints und ihr könnt auch nicht durch Echtgeld euch irgendwelche Vorteile im Spieler kaufen. Das heißt also, ja, abgesehen natürlich von den Add-On-Bestandteilen, über die wir im letzten Video gesprochen haben, also beispielsweise den Carpass oder, ja, irgendwelche VIP-Mitgliedschaften, die man von Anfang an in der Premium-Edition mit drin hat, gibt es keine Möglichkeit, irgendwas im Spiel zu kaufen, um schneller voranzukommen. Und damit kommen wir auch schon zu einem der letzten und für viele auch wichtigsten Punkte, die Fahrzeugliste. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den kompletten 500 Fahrzeugen, die wir zum Start bekommen? Nun, alle Fahrzeuge, die werden wir natürlich jetzt noch nicht bereitgestellt bekommen, aber wir sehen jetzt schon mal eine erste Liste mit den ersten Fahrzeugen und diese Liste entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Ja, da es daher auch nicht so viel Sinn macht, euch jetzt hier alles einzublenden, packe ich euch den Link zur Fahrzeugliste bei forza.net einfach mal unten in die Kommentare. Ich kann nur ermutigen, immer wieder da mal drauf zu klicken und ab und zu mal zu schauen, ob sich was verändert. Aber ihr seht hier schon mal zwei neue Fahrzeuge, die uns im Livestream präsentiert wurden. Einmal der Pininfarina Batista auf der linken Seite und rechts der aktuelle Lotus E-Mira. Doch bevor der ein oder andere gleich bei forza.net die Fahrzeugliste durchstöbert, will ich an der Stelle aber auch schon mal sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Größere Updates bei der Fahrzeugliste werde ich natürlich auch hier im Laufe der Zeit immer mal wieder auf dem Kanal vorstellen und einzelne Fahrzeuge, die vielleicht irgendwo in den Social Media Kanälen gepostet werden, auch einfach mal in den Community Tab packen. Daher, Kanal abonnieren, nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dann bekommst du auch das alles hier direkt auf dem Kanal mit. Ja, als nächstes geht es weiter mit einem Forza Horizon Update, aber das in einem anderen Video. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!